Hola, Hola! Hola, Hola! Damit in den Herbstferien keine Langeweile aufkommt, organisiert die Kindersportschule Mönchengladbach ein kurzweiliges Ferienprogramm. Hier können sich die Kinder bei spannenden Abenteuern mit Vicky und den starken Männern oder bei der Stunt Academy austoben. Wir bieten hier zur Aktualität des Films, der gerade aktuell im Kino läuft, ein Camp an, wo wir die Kinder den Vormittag von 9 bis 13 Uhr unterhalten. Das versuchen wir spielerisch zu machen mit Spielen zu der Geschichte und zu dem Film und versuchen dann Sportarten bzw. Bewegungsgrundtechniken, die ein Kind braucht, durch Spiele mithilfe des Films zu erlernen. Hier wird Sport mit Spiel und Spaß verbunden und das gefällt den Kleinen besonders gut. Ich habe das jetzt das 2. Mal gemacht. Eigentlich gefällt es mir gut hier. Hier das Schiff bauen macht Spaß und die Frühstückspause macht auch viel Spaß. Mir gefällt am meisten hier Fangen. Ich finde es hier sehr schön, die machen hier das sehr gut und mir gefallen die Spiele sehr gut. Das Ganze dauert eine Woche lang. Hierbei erwartet die Kinder jeden Tag ein buntes Programm. Für das Angebot in der 2. Ferienwoche kann man sich noch anmelden. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.kiss-mg.de